Gute Morgen und herzlich willkommen bei Kuriosus am Natur- und Geopark, eine Serie, wo wir erst kurz und noch interessant und wenig bekannten Fakten über den Natur- und Geopark Müllerdall verraten. Die letzte Köln hat sich schon erzählt, wie viele Formationen wie heute in der Region Müllerdall entstehen. Das Köln holen wir dann durch die Flasche von der Felsen Mägenie in der Köln, weil sie verraten uns interessante Teile zu ihrer Geschichte. Das Geräte muss darum am Stehen also wenig natürlich auch dabei entstehen. Weil für rund 200 Millionen Jahre hier noch im Meer war, hat die Stremung lang die Küste Sandköln so an einer Rippelform hier aufgelöst. Nicht auf den Rippeln finden dann auch noch platzweise so eine Wärmeisterung um Stehen. Das sind ein Stehnen, weil das Wasser Köln aus dem Sandstein geleistet hat und denen nur die Verdunstung auf der Oberfläche zurückgeblieben ist. An der Region Müllerdall gehen dann aber auch Spuren um den Sandstein, die kein natürlicher Ursprung haben. Mehr, weil der Mensch sich so viel zu nutzen gemacht hat. Ein berühmtes Beispiel dafür ist ein Toilet, der hier in Badruf. Das hier ist ein efreierer Stehbruch, der Müllerstänge herausgeschlagen wurde. Müller, die die Stänge benutzt wurden, hat in unserer Region dann auch ihren Namen gegeben. Müllerdall. Zu guter Leicht finden wir noch ein paar die Plätze auch noch mehr Lokalspuren, wo der Stehen vom Mensch genutzt gehen ist. So zum Beispiel beim Geocit Champignon, wo man nach Schleifspuren von über 5000 Jahren um Sandstein erkennen kann. Die kärische Struktur vom Sandstein war dafür nämlich ideal. Auch, wo Stehen nicht schwätzen können, haben sie uns immens viel zu erzählen. Das war dann auch schon für das Episode. Ich hoffe, ihr könnt ab's Neues dabei lernen, auf Riemisch erst die nächste Kär begrüßen zu dürfen.